Wir sind hier auf der Inagenta in München, die tatsächlich ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Und die Möster hat sich einige Dinge einfallen lassen, damit die Unternehmen der Branche sich entsprechend auch präsentieren können. Und mit EGF sind wir auch präsent, um unsere traurigen Kunden zu bedienen. Wir haben wunderschönen Kundenkontakt gehabt. Die Messe ist für uns auch eine Art Freunde zu treffen. Das macht uns einfach wahnsinnig Spaß. Wir haben dieses Jahr auf der Inagenta ein ganz besonderes Projekt im Design umsetzen können, und zwar das Projekt Layers, das wir mit der Studentin Felicitas Wasner von der Hochschule Pforzheim machen durften. Und wir haben richtig, richtig tolle Resonanz dazu bekommen. Die sind ganz, ganz besonders. Das sind ganz ungewöhnliche Ringe. Und zusätzlich dazu haben wir natürlich auch eine neue Kollektion gezeigt. Also wir haben einen sehr, sehr guten Zuspruch erfahren jetzt über die letzten Tage und immer noch Zuspruch. Die Kunden sind sehr, sehr interessiert. Wir haben das jetzt auch im Konfigurator hinterlegt, so dass da jetzt auch ganz gezielt und sehr intensive Nachfragen sind. Ja, und ich glaube, wenn man da im Hintergrund sieht, die Gespräche finden statt. Wir haben einen regen Kundenaustausch. Die Menschen sind begeistert von der neuen Kollektion. Man sieht auch, dass da eine Weiterentwicklung entsprechend passiert ist die letzten Jahre. Ja, und es ist immer wieder schön, auch die Kunden wiederzutreffen und eben auch tatsächlich auch neue Kunden auch kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.